. 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 Er hat eine Säsche im Muauecke, steht in meinem Schlafzimmer und fragt er mir, was soll hierbleiben. Ich kratze Fläche von der Wange und er sich im Bad. Sie hat mir schon lange abgeschrieben und ich schreibe die Liste an. Er sagt, es muss mich kippen, er sagt, es bleibt am Schluss. Er sagt, es muss das Fenster, manchmal geht etwas kaputt. Ich soll das nicht voneinander nehmen, das habe ich ein Ecken ab. Er hat nur irgendwo Spannsett, das habe ich und das merke gerade. Und ich sage, oh, zögel mal, komm, hilf mir, lüpfe. Ich kann das alles gar nicht mehr tragen, allein. Zögel mal, komm, hilf mir, lüpfe. Ich weiß schon lange nicht mehr, woher es ist, yeah. Zögel mal, komm, hilf mir, lüpfe.